2 in 1 tragbare Gasheizung Camping-Butan-Gaskocher-Keramik plus 8 Gaskartuschen 1,3 kW. 2 in einer Gaskocher plus Gasheizung. Das Kartuschenfach vorne an der Heizung öffnen. Die 227 Gramm Gaskartusche einspannen und das Fach schliehen. Anschließend einfach das Thermostat an der Seite bis zum Anschlag drehen. Preis etwa 54,90 Euro per Stück.